Nein zu Krieg, nein zu Sozialabbau, nein zu Russlandschaftsabbau. Kein Tag von jedem, an dem die Regierung und Russland liegen, nicht in die Kriegskommission. Unter dem Deckmach der Verteidigungsfähigkeit und der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands werden Kriegseinsätze in der Ukraine, in Palästina, in Jemen, in Marien und weltweit mit Regierungsmilliarden und Waffenlieferungen angefeuert. Wie von Bundeskanzler Olaf Scholz geschonten, Zeit in Wende bedeutet allein in diesem Jahr quasi 72 Milliarden Euro für Rüstung und Krieg. Alle sollen uns massivste Kürzungen und Auflustungsverschaffung gemacht werden. Rüstungsbetriebe machen mit der Ukraine-Hilfe mit staatlichen Geldern und Kriegsspekulationen Rekordgewinne, deren in Krankenhäusern oder im sozialen Bereich ein Straßdank verordnet wird. Die Folgen sind ein Verfall der Infrastruktur, steigende Preise und die Aushebelung von Grundrechten. Demonstrationsverbote, Angriffe auf das Streitrecht, Streitende Mieten immer weiter auf. Gleichzeitig flogiert Parlamentsche und Politikerinnen und Politiker als verlängerte Ahm der Engelienlobby die kringelnd benötigten Kürzungen und Vermieterinnen und Mieten. Der soziale Wohnungsbau liegt am Boden und vorhandene politische Instrumente und soziale Verelendungen werden groß ignoriert. Gleichbleibende Löhne und Sozialhilfe, Regulationen mit Wohnraum und Waffen, in den Zielen, die sich heute schreien. Alles wird im Kriegsschutz des Westens zu den Profiten untergeordnet. Wir sagen, dieser Kurs muss durchbrochen werden. Kapitalismus ist für die Mehrheit der Bevölkerung einfach nicht tragbar. Was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, die Menschen zur Politik stellt, die sich auf Solidarität und Kooperation statt auf Frieden und Konkurrenz gerichtet. Eine Gesellschaft, in der Bedürfnisse auch Wohnraum, an Wärme, an gesunder Ernährung, an Gesundheit und sozialer Sicherheit erfüllt werden. Bei Parolen und die bloße Analyse nichts verändern, schließen wir uns dort zusammen, nur wie den Angriff auf unser tägliches Leben aufzusetzen. Wir als Femmeseck von Wedding sind eine politische Stadtteilorganisierung und die Interessen der Weddingerinnen und Weddinger, der Schülerinnen und Schüler, der Studierenden, der Lohnabhängigen, der Familien in Wedding, nur gemeinsam können wir konsumtieren und verändern. Der 30. April ist seit mehr als zehn Jahren unser Kampftag in Wedding, an dem wir uns die Strafe nehmen. Damit euch allen ein herzliches Willkommen auf unserer Demonstration gegen Krieg, sozial und Grundrechte abfassen. Das ist ein sehr vieles Willkommen auf soziale Gerechtigkeit. Statt das Lohn und ich bin auf die Europäerinnen!